Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, seit langer Zeit befinden wir uns mal wieder auf goldenarmy.de und zwar gibt es ein kleines Update oder ein etwas größeres Update, mal schauen. Auf jeden Fall geht es um das Update vom 21. März, also was gestern rausgekommen ist, denn heute ist der 22. März. Ja, wir schauen uns einfach Hintergrund ein paar Sachen an und ich werde euch mal ein bisschen was erklären, was es alles neues, goldenarmy.de gibt und ja und es gibt sogar eine richtig krasse Ankündigung, die ich euch auch noch am Ende dieses Videos sagen werde, also bleibt dran. Was Neues ist das Western Bau Event, seht ihr auch rechts in der Tablist, Bau Event Western, dies aber bitte trotzdem auf einer Insel bauen. Damit ihr alle Bescheid wisst, baut das auf einer Insel. Letzter Einreichtermin über Trichter bei Abendwolke bis zum 4.4.2020, also ihr habt bis zum 4.4.2020 Zeit, so verstehe ich es auf jeden Fall, bei diesem Bau Event mitzumachen. Macht alle mit, denn es gibt auch coole Preise, die ich euch jetzt vorstellen werde. Also für den 1. gibt es eine Sieger-Picke, keine Ahnung was da drauf ist, das ist wahrscheinlich ein wertvolles Item von einem Admin oder so, also würde ich da auf jeden Fall mitmachen. Dann gibt es für den 2. und 3. Platz, also für den 2. gibt es 500$, das ist echt viel, für den 3. gibt es 400$, für den 4. gibt es 350$ und für den 5. gibt es 300$. So, aber damit nicht die Leute vom 5. bis zum 10. Platz leer ausgehen, gibt es auch nochmal 100$ für den 6., 7., 8., 9. und 10. Viel Erfolg beim Bauen, wurde der noch darunter geschrieben und ich wünsche euch auch allen viel, viel Glück. Dann eine echt krasse Ankündigung, wo ich erstmal einfach nur nochmal sagen will, Props geht raus an, Paxo darf nicht mehr und Dunkelmann, dass ihr euch da gerade so reinsteigert und das alles macht. Also, Kuss geht auf jeden Fall nochmal raus, falls ihr das sehen solltet, falls ihr das seht, schreibt mal einen lieben Kommentar, ne? Und zwar, seht ihr jetzt hier ein Bild eingeblendet, es gibt eine Ankündigung und zwar Gold Wars. Ich kann mir vorstellen, das wird entweder so etwas wie Bad Wars sein oder so etwas wie Sky Wars oder es ist ein komplett eigenes Plugin, was mit Gold zu tun hat, so wie es im Namen steht. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass mein Bad Wars einfach mehr Gold ist oder irgendwie sowas oder dass sie einfach, wie gesagt, ein komplett eigenes Plugin machen, wo es hauptsächlich um das Gold geht. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir werden das Ganze natürlich dann auch live im Streamer anzocken, wenn dies Ganze draußen ist, denn momentan gibt es ja nicht allzu viel, sondern es gibt TTT, dann gibt es Bild RFA und Island Bild. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da und schaut mal auf goldenarmy.de vorbei, macht bei den Baueventen mit und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, haut herein. Bis dann und ciao!